Friday Leute, herzlich willkommen bei Filigranat, ich hab einfach mal ein Beat angehauen mit einem Kick ein von diesen 1.000.000 Parts Im Gegensatz zu früher ist mein Leben stressfrei Ich hab den Strom bezahlt, die Miete rechtzeitig Was wirklich echt nice ist, denn früher war das anders Die gelben Briefe und Gerichtsverzieher waren Standard Jeden Tag der Hammer, doch nicht vom Weed puffen Einmal von der abgefuckten Scheiße in meinem Briefkasten Es wurde psychosomatisch und hab den Schlaf geraubt Deshalb hab ich jeder nach psychopathisch am Bars geschraubt Jeden Tag geraucht, jeden Tag geschrieben Die gehe jeden Tag gehasselt uns auf 24-7 Das war nur die Devise, mach aus einem Euro zwei Niemals auf der Überholsprung, denn die Zeit läuft so vorbei Damals Ravioli aus der Dose, heute 10 Euro Wein, guten Käse und Laktose Sie sagen, damals war alles besser und unbeschwert Ich finde ja irgendwie schon, doch irgendwie auch umgekehrt Oder nicht? Schönen Friday, meine Lieben